Musik 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 Ich kann's nicht verschieben. Ich sehe dich. Ich werde deine Verteidigung brechen. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Was ist das? Was ist das, BD1? Was ist das? Was ist das, BD1? 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 Hör auf! Letzter Versuch! Hör da auf! Da ist doch eine Lücke! Da muss doch jemand sagen, dass da eine Lücke ist! Boom-Tote ist der Tote! Ja, das ist ja was ich wagen darf! Leck mich am Arsch, ey! Die ganze Zeit kommt da nichts! Ja, Respawn, ey! So eine Bullshit-Scheiße, ey! Jetzt muss ich hier alles nochmal wieder hinlaufen, ey! So eine Kacke, ey! Ja, super! Ja, super! Du bist zu still! Oh Gott! Hab dich! Mich kriegst du nicht! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Ja! Ja, auf dich zu heilen! Ich will eins drücken! Nicht gut! Ja, ich habe dich! Ja! Ja, ich werde deine Verteidigung! Muaah, jettet's doch. Ich brauche einen! Abla babbla, haben wir ja durch. Da ist ein Eindringling! Oh, okay. Du gehörst mir! Zunehmend, das hoffentlich hat's wehgetan. Leck mich am Arsch. Achtel, ich habe ihn in. Schlag性, die Z慰se. Geht euch das und Cuando. Die Z慰se zuGenie. Und ich habe das Schoen aus, Verraten Siem! Verraten Siem! In dieser Zuhres. Oh, hey! Oh, na gut. Was war da drin? Das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Nee, ich muss erstmal mich heilen. Ausruhen. Fähigkeitspunkt. Mach ihn fertig! Sim, hierher! Nicht nachlassen! Ey, das ist ja wohl lächerlich. Hilf mir! Mein Gott. Ja, warum starte ich da mit 20 HP da hinten? Du dummes Spiel, Mann. Dann gib mir doch volles HP, äh, Lebenserhaltung wieder. Und nicht, äh, 3 HP hier, oder was? One-Hit-Tot. Aber zum Glück habe ich da gespeichert. Jetzt werde ich halt dafür gedrückt. Ich muss mich nur konzentrieren! Ein Aufständischer! Wir können uns nicht alle besiegen! Habt ihr das gesehen? Ich kann ihn nicht verfolgen! Vermerkt! Jetzt hast du's mit mir zu tun, Jedi! Komm wieder her! Was ist das, BD1? Mann, tschüss! Ja, komm, das ist... Wie kann ich das hier lenken? Digga! Das soll hier nicht Mario Kart! Ja, guck dir das an! Wie, wie lenke ich denn hier? Ja... Ja... Ja, vorhin... Ey, Leute! Da hab ich ja gar keine Lust drauf, auf so ne Scheiße hier! Ey, die Linie verpasst! Ey, die Linie verpasst! Ey, die Linie verpasst! Wär schon! So, so, so kann man arbeiten! Das wird doch gar nichts heute! Oh, ich hab's geschafft! Leck mir am Arsch! Ich brauch Medizin, BD1! Viel zu knapp! Ich hab was gefunden! Was wissen Sie? Nichts von Cordova! Nichts von Cordova! Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war! Dann sind wir im Vorteil! Noch! Das ist Zeitverschwendung! Was hat Crane vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist! Jetzt kommt so ein Scheiß Vieh da raus in den Krauch! Das ist interessant! Wir sind hier richtig! Ah ja, und jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Was? Vor uns ist ein Sturm! Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt! Etwas zieht mich dorthin! Nicht nur der Sturm! Willi! Ausruhen! Ausruhen! Doppelt ausruhen! Fähigkeitsraum! Lass die Macht deine Instinkte schärfen! Na gut! Ich gebe mein Bestes! Oh nöööö! Auf die hab ich ja gar keinen Bock jetzt! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich glaube, da muss ich da rein, ne? Wo ist rein da? So einen Sturm habe ich noch nie gesehen! Ja, unglaublich! Stimm, BD1! Mein Freund, das ist die früheste Seppo-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken könnte ich das Burgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formen den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum! Ich bin im Kalb! Das ist ein Riesel! Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist... Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hast du das gesehen? Ach! 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 Ich bin nicht jemand, das ist... Ich kann nicht erinnern sein! Ich kann nicht so viel zählen! Ja, das gibt's doch gar nicht. Hm, das ist wieder falsch gewesen, ne? Ja. Ja, das ist wieder falsch gewesen. 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 Boah, das ist noch mal zu hoch für mich. Boah, das ist schon wieder zu hoch für mich, das Denken. Oder auch nicht Oh Gott sei Dank Untertitelung des ZDF, 2020